Der Schiedsrichter mal runter muss, mal genau den Abdruck sich anschauen muss. Aber es hält ja auch ein bisschen frisch. Wenn man da stundenlang oben auf dem Schiristuhl sitzen muss, ist das auch nicht nur ein Vergnügen. Das ist ein Vergnügen. Das ist ein Vergnügen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Okay. damit probleme körpersprache ist eine gute heute ist nicht immer so ja da wird es dann schwierig wer den gegner da so richtig unter druck zu setzen so geht's klar ja 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 Wahnsinn! Ach, Wahnsinn, du hast die Stärke neben dem Aufschlag. Ach, Wahnsinn, du hast die Stärke neben dem Aufschlag. Ach, Wahnsinn, du hast die Stärke neben dem Aufschlag. Ach, Wahnsinn, du hast die Stärke neben dem Aufschlag. Ach, Wahnsinn, du hast die Stärke neben dem Aufschlag. Ach, Wahnsinn, du hast die Stärke. Ach, Wahnsinn.